So, wir sind zurück. Zweiter Teil. Mal gucken. Wer den ersten Teil gesehen hat, habt ihr gesehen. Gareth Bale for the win war drin. Und jetzt überspringen wir wieder. Das hat uns der Glück. Und wir haben hier die Leute in Form. Und wir haben drin noch Shawcross, leider nichts mehr. Miranda. Können wir noch sprachlos? Lutisch, Skrödel, Mathieu, Evra bringt wir noch ein bisschen. Alter, ich kann es aber noch nicht glauben. Gareth Bale. Alter, das muss zu FIFA Gold sein, leider. Alter Schwede. Oh mein Gott, was ein krankes. Ja, Schoko ist ganz abschlossen. Gehen wir weiter. Zum Shop. Nächstes Pack. Come on, come on, come on, come on, come on. Ich glaub da noch dran, ich glaub da noch dran. Wir haben Benzema, wir haben Benzema, wir haben Benzema. Jawoll, Benzema. Jawoll, so muss es reingehen. Hallo. Matuidi. David Luiz. Cervinho, Lennon. Ja. Cuantraub bringt noch was. Rojo. Also immer schön, ne? Abonnieren. Für neue FIFA Videos. So was kann man gebrauchen. Nächstes Pack, Alter. Come on, come on FIFA God. Bring uns noch was, bring uns noch was. Come on, come on. Wir haben drin. Booskets. Ah, ja. Booskets. Hulk. Hamzik. Isco. Die müssen wir ja mal schnell speichern. Kann sein, dass wir ja noch was gutes ziehen. Man sucht jetzt nicht. Jesus Navas. Ne. Und ne. So meine Freunde. Letztes Pack. Ich guck jetzt nicht hin. Ich öffne jetzt dieses Pack. Und ich guck nicht hin. So. Ich öffne jetzt und guck nicht hin. Und das Pack öffnet sich. Man. Gleich im dritten Pack, babe. Oder im zweiten. Das ist geil. Alter. Ganz geil. Schon wieder vergessen. Und er hat sie noch nicht gezeigt. Ich kann das nur so schlecht gucken. Wann ist es fertig? Es leckt. Es leckt ganz stark. Und jetzt ist er fertig? Jetzt ist er fertig? Ist er jetzt fertig? Ja. So. Und jetzt tun wir weiter. Auf jeden Fall kein Inform. Wir haben auf jeden Fall kein Inform drin. Und dieses Pack war zum Vergessen. Schade, schade. Hier. Hugh Capel Banes. Banes bringt auf jeden Fall noch was. Ich guck so länger auf die Transferliste. Dann stoßen wir jetzt ab. Und ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss.